Der Iran weist den Vorwurf kategorisch zurück, doch die Hinweise verdichten sich. Es wird vermutet, dass der Absturz einer Passagiermaschine bei Teheran auf einen tödlichen Fehler des iranischen Militärs zurückgeht. 176 Menschen waren ums Leben gekommen. Videos und Fotos untermauern den Verdacht, der Iran könnte das Flugzeug im Zuge der militärischen Konfrontation mit den USA versehentlich abgeschossen haben. Immer mehr Staaten fordern eine internationale Untersuchung und eine schnelle Klärung der Absturzursache. Irans Staatsfernsehen zeigt heute den Flugschreiber der Boeing 737. Es heißt, man könne ihn auswerten. Allerdings sei diese sogenannte Blackbox ebenso beschädigt, wie der Voice-Recorder, der Stimmen aus dem Cockpit aufzeichnet. Handyvideos tauchen auf, auf denen der Absturz des ukrainischen Passagierflugzeuges zu sehen sein soll, bei dem alle 176 Insassen gestorben sind. Dieses Video soll den mutmaßlichen Raketeneinschlag in die Maschine über Teheran zeigen. Kanada, Großbritannien und die USA gehen zunehmend davon aus, dass die iranische Luftabwehr das ukrainische Passagierflugzeug versehentlich beschossen hat. Iran weist diese Darstellung zurück. Die USA sollen doch die Informationen, die sie über den Absturz haben, für alle ins Internet stellen. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass keine Rakete das Flugzeug getroffen hat. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben von den USA wichtige Daten zum Absturz des Flugzeuges im Iran erhalten. Präsident Zelenskyy telefonierte dazu am Nachmittag mit Außenminister Pompeo. Eine Lufthansa-Maschine war gestern nach Bekanntgabe der Geheimdienstberichte auf halbem Weg nach Teheran, nach Frankfurt, umgedreht. Alle Flüge der Lufthansa und Austrian nach Teheran seien bis einschließlich 20. Januar gestrichen. Vertreter der USA, Kanadas und Frankreichs werden sich an den Ermittlungen zum Flugzeugabsturz beteiligen. Die Experten würden nach Teheran reisen und an den Beratungen teilnehmen. Und damit weiter zu Arthur Landwehr für uns in Washington. Gibt es denn inzwischen Näheres zu den geheimdienstlichen Informationen zu dem Absturz? Also was wir mittlerweile erfahren haben, ist, dass die amerikanische Luftüberwachung der Geheimdienste routinemäßig einfach alles aufzeichnet, was in der Region passiert, so wie in anderen Regionen auch. Und dann hat man das am nächsten Tag ausgewertet und ein paar Dinge festgestellt. Beispielsweise, dass die iranische Luftabwehr sich hier eingeloggt hat auf dieses ukrainische Flugzeug, das Radar der Iraner dieses Flugzeug erfasst hat und dann zwei russische Abwehrraketen eben abgeschossen worden sein sollen. Das ist das, was die amerikanische Seite sagt. Wie gesagt, und wir haben es ja eben gehört, von den Iranern wird das weiterhin bestritten. Aber die Amerikaner halten fest an dieser Version. Es wurde ja auch gestern schon sehr stark betont von Seiten des US-Präsidenten oder auch des kanadischen Premierministers, dass der Abschuss könne aus Versehen erfolgt sein. Was hat denn das zu bedeuten, dass man das so sehr betont? Ja, das ist so weiterhin so geblieben, dass das sehr betont wird. Und es entsteht einfach der Eindruck, dass die Amerikaner nicht neues Öl ins Feuer gießen wollen. Dass man diesen Weg der Entspannung, den man ja jetzt gegangen ist, indem man auch diese Spirale der Gewalt unterbrochen hat, nicht plötzlich wieder anheizen will, sondern dass man diesen Entspannungsweg weitergehen möchte, dass man nicht den Iran an den Pranger stellen möchte. Die Gesichtswahrung scheint hier auch das zu sein, was sehr wichtig ist in dieser Situation. Die Amerikaner selbst haben ja auch mal in einer ähnlichen Situation gestanden. In den 1980er-Jahren, als sie versehentlich am Persischen Golf ein iranisches Passagierflugzeug abgeschossen haben. Auch das war damals eine sehr schwierige Situation. Nicht, dass es vergleichbar wäre, aber man erinnert sich natürlich daran. Wie schwierig wird denn jetzt eigentlich die Aufklärung? Na, es wird natürlich sehr lange dauern, den Flugschreiber und auch den Stimmrekorder auszuwerten. Wichtig ist den Amerikanern aber, und das hat der Präsident gestern noch mal betont, dass diese Untersuchung unabhängig passiert. Und dass nicht nur Iran, sondern eben auch andere Länder daran beteiligt sind. Man würde gern, dass die USA dabei ist, eben weil die Maschine, eine Boeing, in den Vereinigten Staaten gebaut wurde. Man ist aber auch damit einverstanden, so wie es ja jetzt aussieht, dass Frankreich an diesen Untersuchungen beteiligt wird. Was man jetzt aber machen muss, ist zunächst einmal Experten dorthin zu bringen. Darüber wird nach allem, was wir erfahren, verhandelt. Das ist nicht so ganz einfach, weil die Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen Iran verhängt haben, machen es eben auch schwer, Menschen dorthin zu bringen, Material dorthin zu bringen oder aber auch Material aus dem Iran in die Vereinigten Staaten zu holen. Schauen wir noch mal auf die Entwicklung der vergangenen Tage. Trump hat ja, wenn man so will, mit der Tötung des iranischen Militärgeneral Suleymanis die Entwicklung letztlich mit ausgelöst, die dann ja, wenn man so will, möglicherweise zu dem Absturz jetzt beigetragen hat. Ist das ein Thema in den USA? Nein, das ist so in der Form kein Thema hier. Natürlich schaut man auf die Entwicklung, die es gegeben hat in den vergangenen Wochen und Monaten. Das war ja ein Hin und Her von Angriff und Gegenangriff, eine Eskalationsspirale, die jetzt gerade unterbrochen worden ist. Aber das wäre natürlich genau die Frage, wo beginnt denn eigentlich diese Form der Eskalation? Hat sie begonnen mit dem Angriff der amerikanischen Truppen auf Stellungen in Syrien? Oder war es die Reaktion des Iran darauf, nämlich die Angriffe auf die amerikanische Botschaft in Bagdad? War es die Tötung des Generals oder aber auch dieser Raketenangriff des Iran auf die Stellungen der Amerikaner im Irak? Also wo beginnt diese Spirale? Das ist schwer zu sagen. Also in der Form wird das hier nicht diskutiert, sondern es geht jetzt einfach darum, Lösungen zu finden und vor allen Dingen auch Ruhe zu bewahren an der Stelle. Betroffen war ja eine Boeing-Maschine, ein amerikanischer Flugzeughersteller, der ja ohnehin schon in einer tiefen Krise steckt, wegen seiner Schwierigkeiten mit der 737 MAX. Und spielt das eine Rolle? Wie wurde das aufgenommen bisher in den USA? Ja, im ersten Moment war das so ein richtiger Schreckmoment, denn Boeing steckt wirklich in einer Krise und nun merkte man plötzlich, oh, das ist eine 7372, ein älteres Modell, also eines, das seit vielen, vielen Jahren fliegt und sich als sehr zuverlässig herausgestellt hat. Sollte es also plötzlich so sein, dass auch dieser Typ Flugzeugprobleme hat? Insofern, so zynisch das jetzt für den Augenblick klingen mag, ist es für ein Unternehmen wie Boeing auf jeden Fall besser zu wissen, dass es nicht ein mechanischer Fehler war, der dieses Flugzeug zum Absturz gebracht hat, sondern ganz offensichtlich etwas anderes. Arthur Landwehr, ganz herzlichen Dank für das Gespräch nach Washington.